6.01.2022, Hochwasser am Main in Eddersheim. Die Schleuse ist offen. Irgendwas schwimmt da heran. Ich weiß nicht was es ist. Riesenklumpen. Unheimliches Tempo. Sieht aus wie Erde oder so was. Wieso jetzt schwimmt das? So ein Biberbau vielleicht. Guck doch mal hier wie schnell das wird. Was ist denn das? Schau mal, das ist so ein Baumstumpf oder eine Wurzel. Eine Baumwurzel. Jetzt müssen wir gleich die Auffahrten. Ja, weißt du wo sie ist? Keine Ahnung, man muss sie verpeilt haben. Das ist so ein Baumwurzel. Das ist so ein Baumwurzel. Das ist so ein Baumwurzel. Aber heftig, oder? Das ist so ein Baumwurzel. ny kann es runtergucken. Hier ist alles noch in den Rhein rein. Hier hinten ist auch ganz viel Zeug. Was ein Herzen ist. Das ist wie das rauscht. Das ist wie das rauscht. Das ist wie das rauscht. Das sieht aus. Guck mal wie das hochpult. Heftig, oder? Guck mal. Guck mal. Guck mal da drüben, das ist schon überschwemmt. Guck mal. Guck mal.